Was ist eine Hornhautabnutzung? Ein Hornhautabrieb ist eine Punktion, ein Kratzer oder ein Kratzen auf der Hornhaut, dem transparenten Bereich des Auges, der die Pupille und die Iris bedeckt. Abschürfungen sind sehr häufige Verletzungen, die durch Schmutz oder andere Partikel im Auge, Traumata oder Reizungen durch das Tragen von Kontaktlinsen verursacht werden können. Eine beschädigte Hornhaut kann dazu führen, dass das Auge empfindlich auf Licht reagiert, rot wird, juckt und übermäßige Tränen erzeugt. Die meisten Verletzungen heilen von selbst innerhalb weniger Tage ohne Behandlung, aber ein schwerer Hornhautabrieb kann eine medizinische Notfallversorgung erfordern, um Fremdkörper zu entfernen und Infektionen zu verhindern. Ärzte erkennen viele Arten von Augenverletzungen und kategorisieren sie anhand der zugrunde liegenden Ursache und der Stelle, an der das Auge betroffen ist. Eine Verletzung wird als Hornhautabrieb eingestuft, wenn nur die Oberflächenschicht des Hornhautgewebes beschädigt ist. Ein Kratzer kann durch ein direktes Trauma des Auges verursacht werden, zb durch Stechen mit einem Finger oder durch Anstoßen an einen Ast. Schmutz, Sägemehl, Glasfaserscherben und andere in der Luft befindliche Partikel können ebenfalls in das Auge gelangen und Hornhautabrieb verursachen. Darüber hinaus kann eine Kontaktlinse, die ständig an der Hornhaut reibt, oder ein Zustand, der ein trockenes Auge verursacht, zu Abschürfungen führen. Eine Person bemerkt normalerweise Augenschmerzen unmittelbar nach einer Verletzung. Das Auge kann lichtempfindlich sein, Tränen erzeugen und nach einer Verletzung mehrere Stunden lang jucken. Die Symptome eines milden Hornhautabriebs verschwinden bei häuslicher Pflege in der Regel in weniger als zwei Tagen. Manchmal kann ein Fremdkörper groß genug sein, um ihn mit der Ecke eines sterilen Papiertuchs oder Tuchs zu sehen und vorsichtig zu entfernen. Das Spülen des Auges mit kaltem Wasser und die Verwendung von rezeptfreien Feuchtigkeitstropfen können Schmerzen und Juckreiz lindern. Wenn sich die Symptome nicht bessern oder die Sicht verschwimmt, sollte eine Person sobald wie möglich die Notaufnahme oder einen Augenarzt aufsuchen, um eine fachkundige Behandlung zu erhalten. Ein Arzt kann das Auge mit einer speziellen Lupe untersuchen und das Ausmaß der Verletzung bestimmen. Wenn vermutet wird, dass die Augenschädigung tiefer liegt als die Hornhautschicht, kann der Arzt eine Computertomographie oder eine Magnetresonant-Tomographie durchführen. Die Behandlungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Schweregrad einer Verletzung ab. Wenn ein Patient einen Fremdkörper im Auge hat, kann dieser vom Augenarzt mit präzisen chirurgischen Instrumenten entfernt werden. Augenkratzer und Kratzer werden mit topischen Antibiotika-Tropfen oder Cremes behandelt, um Infektionen fortzubeugen. Bei starker Abnutzung muss der Patient möglicherweise mehrere Tage lang ein Pflaster oder einen Verband tragen, um Reizungen durch Luft und Licht zu vermeiden. Bei sofortiger Behandlung heilen schwere Hornhautabnutzungen normalerweise innerhalb von zwei Wochen ab und erfordern keine weitere Pflege.